Ja, Lukas Abend, der Vorbereiter des 1 zu 0, Gratulation, damit hätten die wenigsten gerechnet. Was hat euch heute ausgezeichnet? Ja, heute war enorm wichtig unsere geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben alles zusammengegeben und das war ausschlaggebend. Und jetzt, schauen Sie auf den Klassenhalt, sind noch einmal gestiegen, zumindest den sechsten letzten Platz. Den habt ihr noch am Auge, oder? Ja, mit den drei Punkten hätten wir jetzt nicht unbedingt gerechnet. Die waren enorm wichtig und solange wir noch nicht abgestiegen sind, geben wir alles.